Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4874 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Willst du heute Abend wirklich in die kleine Strandbar gehen? Wir könnten auch etwas anderes machen. Willst du heute Abend wirklich in die kleine Strandbar gehen? Wir könnten auch etwas anderes machen. Willst du heute Abend wirklich in die kleine Strandbar gehen? Wir könnten auch etwas anderes machen. Wir sitzen nicht immer am Schreibtisch. Es gibt auch Sitzgruppen. Dort treffen wir uns, um ein Thema zu vertiefen. Wir sitzen nicht immer am Schreibtisch. Es gibt auch Sitzgruppen. Dort treffen wir uns, um ein Thema zu vertiefen. Wir sitzen nicht immer am Schreibtisch. Es gibt auch Sitzgruppen. Dort treffen wir uns, um ein Thema zu vertiefen. Seit Olga hier ist, hat sich mein Leben zum Besseren verändert. Sie kümmert sich um mich. Seit Olga hier ist, hat sich mein Leben zum Besseren verändert. Sie kümmert sich um mich. Ich kann dir zeigen, wo du diesen Pullover kaufen kannst. Es gibt ihn auch in anderen Farben. Ich kann dir zeigen, wo du diesen Pullover kaufen kannst. Es gibt ihn auch in anderen Farben. Ich kann dir zeigen, wo du diesen Pullover kaufen kannst. Es gibt ihn auch in anderen Farben. Das sieht toll aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Fantastisch! Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das beruhigt meine Nerven. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das beruhigt meine Nerven. Richter sind unabhängig und dürfen sich weder von politischen noch von persönlichen Interessen beeinflussen lassen. Wir haben ein Gebäude gekauft, das umfassend renoviert werden muss. Wir haben ein Gebäude gekauft, das umfassend renoviert werden muss. Ich habe mein Ziel klar vor Augen und will unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Ich habe mein Ziel klar vor Augen und will unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Jeder von uns stellt seine Idee vor. So lösen wir Probleme im Team. Jeder von uns stellt seine Idee vor. So lösen wir Probleme im Team. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und dinosaurieren.